So, und da sind wir auch wieder bei einer neuen Folge von Dude, Stop! Ja, wir haben ja letztes Mal unseren tollen Spoiler hier bekommen. Wir gehen jetzt einfach mal ins nächste rein. Und schau mal, was kommt. Also ganz ehrlich, ich bin wirklich nicht so toll in Englisch, aber das verstehe ich immerhin. Also das ist... Das ist wie im Englischen Unterricht. Das habe ich schon mal. Okay. Ah, die hart auf ihre Kleidung. Das ist ein tolles Wunscher. Das ist ein tolles Wunscher. Wir gehen zum nächsten Überschuss. Page 17, Überschuss 4. Ja, das ist doch viel. So rum, ne? Try to use a cat in a sentence. Ähm. All it for the cat. Now try to use a table. Ich soll einen Tisch benutzen. Was soll ich machen? Steht das hier nicht? So, vielleicht. Oder so nach oben. So. So ist aber richtig, ne? Genau, die Katze soll da rein. Ah, voll süß. Der Karton läuft in dem. Okay. Ah. Ah. Gibt's hier doggy, doggy, doggy. Ja, die Schlappen hat er erwischt. Bad doggy, bad. Tonight you will sleep outside. Ah, richtig schön. Hier lernt man ja was. Page 18, Überschuss 6. Lass uns auf ein Fragment des Buches Elephant und der Balloon. The dog went out for a walk. The sun was high. The weather's dry. It was afternoon o'clock. The night came by really fast. The sun disappeared. The sky was all clear. The dog was having a blast. Was? Geh ich euch einfach auf den Sack? Warum nur? Ah, das räumt aber eure Bude auf. The eyes have awoken the master's wife. Now please answer the following questions. Did the doggy deserve to stay outside? Very good answer. Ja. She got what she deserved. Continue to the last exercise in this lesson. Was? Ich hab das falsch gemacht. Page 19, Exercise 7. Let's answer some questions together. Mach mir die Tür auf. Ach ja. Ach ja. Weiß ich nicht. Oh, bei Katzen weiß man ja nie. Soll ich rausgehen? Ich weiß es nicht. Wir wollen ja natürlich alles richtig machen, aber... Nein. Maybe they're just cats that want out side. This concludes this lesson. Mist. This is the end of side A. Oh, nein. Weiß ich noch nach side B. Okay. You said through the course, but it wasn't enough. Ich brauche ein paar aktuelle Resultate. Ja. Hab ich was. Yay. Wie soll man das denn bitte schaffen? Also, ich... Nein. Nein. Ist jetzt tot? Oh, nice. So funktioniert es also. Gut, nächstes. Ja. Ah, war eilig. Spider-Cat. Spider-Cat. Do whatever a Spider-Cat do. So. Raus damit. So, drauf. Und drin mit dir. Ah, wunderbar. Ja. So lege ich mich da auch immer rein. Ein bisschen Salto rein. Und dann bin wir erstmal drin. Ja, mach halt. Ganz ehrlich, das Gelaber von der Ollen. So, du darfst einfach nichts machen. Du darfst einfach nichts machen. Tschüss. Wunderbar. Bye-bye. 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 Bye-bye, Doggy. Gib's mir Doggy, Doggy. Bye-bye. 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 Ah, diese Reime, ey. Diese Reime, ey. All clean. Blast? Leon? Nö, ich bin jetzt ruhig. Ich bin jetzt. Ja. She was jumping high. Kissed the moon. Goodbye. Goodbye. Ah, wunderbar. Now please answer the following questions. Was the Doggy very good in this fragment? Yes, she was. Very good. Very good. Continue to the last exercise in this lesson. Ja, die Katze darf raus. Page 19, Exercise 7. Let's answer some questions together. A dog says, Ruff. That's right. Ja, the cat says, Miau. Miau. Correct. Miau. And why do they do it? To get your attention. This concludes this lesson. This is the end of Side A. Nein, bloß nicht. Mach fertig. Ja. Kuchen. Kuchen. Klassik. Moment. Cake, 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 cake. Ja. Ja. Hey. Wunderbar. Mein Kuchen. Ähm. Yeah. It's lit. Oh. Hey. Die Tröte dazu. Was ist das hier? Was ist das hier? Okay. Also, ne zur Katze, ne zum Hund. The cats are bad. Ähm. Miau. Oh. Nö. Keine Ahnung. Oh, wir haben wieder was Neues. Ja, das heißt, ich muss jetzt... Haben wir vorne noch Sachen? Ja, noch viel, ne? Das kann ich ja noch nicht machen, oder? Ah, doch. Äh. Ähm. Das und da hin. Das und da hin. Das und da hin. Und das. Was sind wir da hinten? Ah, jetzt kommt das darüber. Schatten. Ah. Toll, danke. Okay. Das ist für die Leute, die keinen Bock mehr haben. Weg. Ah. Ah, jetzt weiß ich, wofür die Dinger hier sind. Ah, okay. Ja, da haben wir angefangen. Wir machen jetzt mal hier die 7. Don't stop me now. Don't stop me now. Mhm. Ah, wer kennt das von Queen? Äh. Ich, ich starte jetzt mal. Keine Ahnung, was jetzt kommt. This puzzle is with a little twist. Submit to keep you on your toes. Tadaaa. Surprise language test. How do you pronounce it? Jiff. Giff. Oh. Oh, nein. Ähm. Na hoppala. And you're dead. Better luck next time. Aber, aber das war doch richtig. Just in case, this drive is very valuable. It contains all my research materials. So what? Now you're gonna blow up my data too? Hihi. Oh, ja. Ja. Wer macht das schon? Ganz ehrlich. I'm starting to lose my patience. If you keep going like this, I'll have to take drastic measures. Oh, was zum Teil. Hey, wir haben Puzzleteil mehr. Warte. Hä? No. Enough. I'm done being good. I'll... Oh, ha. Was denn? Was denn? Was denn? Ich... Ich... Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Okay, two photos are more than enough. Oh, nein. Schade. Did you bring a tent? Nah, I'm joking. It's not like those crazy lines for new phones. And what do you think you're doing? Hi. Hi. Was denn? Fight. Fight. Yeah. Fight. Fight. Noch einen. Noch einen. Noch einen. Ah, das war's. Bad boys get to drive a bus. Open the door already. And now I imagine he catches up with you when he stops. Bro. Hehehe. 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 Why did the chicken cross the road? To avoid the cracks. Hehehe. Wait. No. I forgot the joke. Ah, you get the point. And you're on fire. What? You've never played this game as a child? Or an adult? You need to get to the right side. Why is it taking so long? Oh, wir laufen wieder zurück. Ist das der Boden des Lava? Okay. Sorry, you model. Tatsächlich haben wir eins richtig. Schade. Aber es gibt bestimmt irgendwas, oder? Ah. Tápare. Click. 3000. Also, das ist wahrscheinlich... Oh, das ist sehr schrecklich. Du willst sehr vorsichtig sein. Ja, der richtige Weg ist, um diese Diskussionen zu vermeiden. Ich denke, dass du das auch kannst. Ja, komm, weißt du was? Ja, klick hier. Wir machen jetzt mal alles richtig, komm. Nicht professionell. Ach, das war so geil. Zu 99,9. Ach, komm, lass uns laden. Jeder ergatzt sich, wenn er auf einmal keinen Akku mehr hat. Hey! Hey! Wahnsinn! Da ist dein völlig chargte Telefon. Richtig, mach ein Bild. Okay. Oh. Ja. Chop Chop, back to work. Ja, nice. Ich versuch, die Dinger noch zu erwischen. So müssen wir Teile fangen. Genau. Wir warten zusammen. Wir machen auch nichts. Wir warten. Haha, nur schuldig. Du bist gut. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich höre. Ich weiß. Ja, das ist schon. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ja, Süßigkeiten. Ich will fett werden. Wir fallen ja wieder raus, was soll denn der Scheiß? Viel Süßigkeiten, die ich fangen kann. Ähm, okay. Candycup! Heeeey. So. Gut, dafür hab ich das jetzt gefunden. Ich lass ihn mal pipsen. Okay. Okay? andein. Ich versuche jetzt mal die Dinger zu erwischen. Ach das ist so geil, ich liebe das. Da, ah, na, oh, ach sowas blödes aber auch. Tja, da, da kann man nix machen. Oh, look at the kitty go, so graceful. Quick, take a photo. Hm, wo es da nicht drauf ist. No. Schade, ich dachte es geht. Hey. Mist. Ich dachte es geht. Hm. Ach je. Fuck you, ich will durch. Erster. So mache ich das immer. Ja. Alle sind falsch. Ciao. Ach ja, das war schön. Das ist richtig. Das will ich jetzt aber mal schaffen. Ah. Ah, fast. Fast gleichmäßig. Ah, okay. Ja gut, ich würde sagen, wir haben noch ein Puzzle offen, ne? Wir schauen da mal rein. Wir haben hier neue Dinger bekommen. Ach ja, ich mag das Lied. Kennt das nicht jemand? So. Ähm. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und da schauen wir mal, dass wir da, ich weiß noch, danach noch eins kommt. Keine Ahnung. Ähm. Wir probieren uns nochmal in einem der ersten. Nachher aber alles da rein. Bis dahin. Ciao.